Brandneu. Ramses News. Nachrichten, die keiner bringt. Liebe Österreicherinnen und Österreicher ohne Migrationshintergrund, Vordergrund, ich bin nun Bundespräsident. Es gibt keine Faden Neujahresansprachen mehr. Kein Fischer langweilt sie mehr. Wir starten um 3 Uhr und nicht um 8 Uhr. Nun können sie alle mich sehen und hören. Früher waren viele von der Ansprache ausgeschlossen. 50% haben schon geschlafen. 30% haben versucht den Zuckerspiegel richtig einzustellen. 20% waren verunsichert. Minutenlang hat sich nichts bewegt. Ist der Fernseher kaputt? Aber jetzt wird alles anders. Eine klare Sprache, ein einfacher Text. Alle verstehen die Botschaften. Im kommenden Jahr werde ich auf 4 Punkte achten. 1. Bildung. Die Zentralmatura ist zu schwer. Wir schaffen die Nebensätze ab. Wir sparen Papier und Stifte. Die Lehrer müssen weniger korrigieren. Sie können wieder mehr bei den Schülern sein. 2. Ausländer mit und ohne Migrationshintergrund. Der Österreicher liebt das Reinheitsgebot. Und nicht nur beim Bier. Da ist nur Hopfen, Malz und Wasser drin. Das muss auch für alle Österreicher gelten. Es muss Hopfen und Malz verloren sein. Dann ist er ein aufrechter und fleißiger Bürger. Bier für mir, und Racki ist Gacki. Aber wir haben auch christliche Werte. Der überaus wisse Maxi Kraus sollte Wiener Stadtvizepräsident Schulrat werden. Aber er war zu gescheit dafür. Der hat einen tollen Vorschlag für die Umwelt. Der hat berechnet. Der hat berechnen lassen. Alle Asylanten sitzen auf der Maria-Hilfer-Straße. Im Sommer machen die Hunderl keine Geschäfte vor den Geschäften. Wir sparen 50.000 Sackern für die Gackern. Im Winter sparen wir 2 Tonnen Streusalz. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 3. Unsere Parolen für 2016 lauten, lieber ehrliche Hunde Würstel statt Verpanschte Shewab-Chi-Chi. 3. Lieber Dirnen-Stadt-Edirna. Glück Heil! Mir bleibt nur noch zu sagen, schauen Sie wieder vorbei. Denn bei Ramses haben Sie es. 2. Lieber Dirnen-Stadt-Edirna. 3. Lieber Dirnen-Stadt-Edirna. 3. Lieber Dirnen-Stadt-Edirna. 4. 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 Lieber Dirnen-Stadt-Edirna. 5. 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 Lieber Dirnen-Stadt-Edirna. Untertitelung des ZDF, 2020